Willkommen zurück in der Augststadt beim Schläfertempel. Wir gehen da direkt mal rein. So, ich habe auch direkt hier weiter gemacht und deswegen habe ich meine Geschwindigkeit super ertrank noch, aber doch nicht hier umsonst. Speichern. Hier hinauf. So. Noch mal hier speichern. Dann stellen sie schon. Oh, Mensch. Äh. Nee. Ah, wie schön. So was freut mich doch immer. Immer immer. Haben die ja Lust auf meinen Feuerregen. Erstmal ziehen wir uns einen Trank rein. Kreis 3 brauche ich ganz dringend. Dann kann ich auch so aus die Pyrokenese machen. Schaden pro Sekunde ist 20. Ist geil. Freutigstimmung. Kontroll. Komm. Nee, doch nicht. Angst. Feuerball. Nee, nee, nee. Machen wir Feuerregen mal, ne? Feuerschaden 100. Ja, im zweiten Teil war das glaube ich viel stärker. Hey. Hey. Geht's weg, die Lutsche? Da. Okay. Dann ebenso. Diese Mistviecher. Hey. Was macht der denn da oben? Meister. Auf aufzuweichen. Ach, das geht's doch nicht. So. So ist der Mario da hinten. Hey, hey. Hey, 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 hey. Sehr schön. So, Mario. Fünfmal Skrids beschwören. Das könnte mir nützen. Also. Rot-gelb Glieder. So. Not von vorne. So. Erst machen wir... Äh, nochmal. Erstmal machen wir wieder auf hier. Da. Müssen wir eh machen. Sonst geht's nicht weiter. Also. Rot. Noch nicht. Dann. Ja, das war viel einfacher. Wo die nur getreten haben noch. Schade, dass die das in der Zwischenversion anders gemacht haben. Gut. Rot. Rape. Tränke. Und da hinten lila. Machen wir mal speichern. Ich weiß nicht, wie es sich mit Kamerafaden hier verhält. Ja, das sieht ganz gut aus. Schade. Ich rieche. Ach. So. Ich rieche. Ich hab's noch nicht gewöhnt. Nein, 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 nur Schrott. Nur Schrott bekommt er noch als Teuer. Nein! Okay, Mist. Ja. Sehr schön. Da, der Maria. Mal wieder. Mensch, ah, mein Gusten hier. So, Schalter. Oh! Was, äh, verschreckt ich mich hier überhaupt? Na ja. Brauchst ein Ulumulu? Nehmen wir die alte Waffe. Hallo? Ah, jetzt so. Das steht doch freut mich einfach trotzdem an. Na gut. Ich hab vergrissen welcher Schalter das war. Deswegen speichern wir vorher. So. Probieren wir mal den hier aus. Das war anscheinigend der falsche. So. Ja. Ist doch blöd, ne? Ja. Ja. 18. Die Geräusche waren ja nervig, richtig nervig. Mal schauen, ob der Meister uns jetzt angreift. So. Oh, okay. Dann holen wir uns doch wieder das Ding hier. Auf dem PC konnte man ja das Ulumudu auch hier tragen, dann greifen die sich auch nicht an. Was ist das? Die Kamera-Patrale habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Sterblicher. Du wachst es, meine Ruhe zu stören. Bereite dich. Ja. Nein. 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 So. Spruchrolle. Passwahlänge. Und Tote vernichten. Mhm. Okay. Erstmal Haltung. Diesmal wichtig. So. Au. Gut und weiter. Ja. Der Nächsten holen wir uns auch. Aber ich glaube, hier kommen wir mit Akrobatik gar nicht mehr hoch, ne? Ups. So. Na. Na. Ja. Na. Vielleicht nochmal. Doch. Hat fluktioniert. Na. Na. Vom Schauen Meister. Gut. Ich glaube, wir heilen uns vorher mal. Und speichern, bevor wir reingehen. Guter Schocker. Ha. Sterblicher. Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise. Verfaultes Magenparadies. Ah. Der hat nichts zu sauber. Das ist gut. So. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Hier kommen wir hoch. So. Mal schauen. Mal schauen. Hier kommen wir hoch. Habe ich überhaupt voll einen Bogen. Ah ja. Ich nehme mal so eine Armbrust. Ach. Geschicklichkeit brauche ich dafür. Ich zweite teilweise Stere. Den einfachsten Bohren oder einfachen Bögen. Ach, ich muss erst mal dafür Dingels machen. Die Sweitwaffe ablegen. Dafür legen wir die Waffe einfach ab, würde ich sagen. Pfeile haben wir auch genug. Äh. Ah, ja. Schabernack. Turnstall. Drei Stärke. Drei Stärke. Ein paar Schotränge, ne. Ja, aber der Stärke-Trank ist gut. Beschicklichkeits-Trank. Auch gut. Im Schläfertempel findet man ja die ganzen Tränke. Ja, das ist auch beides gut. Die gründe ich mir gleich alle. So, Schabernack-Brennen nehmen wir auch mit. Haben wir seine Klingel mitgenommen? Ja. So, die grönen Tränke. Den hier. Den hier. Den hier. Und die beiden hier. Nehmen wir auch nochmal so ein. 61 Mana. Äh, Mana will ich eh nicht mehr lernen als 100. Also passt schon. Obwohl. Wir werden die Schlau... Aber egal. Lassen wir das. Habe ich ein Lichtzauber? Okay. Ne, 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 ne. Licht 227 habe ich direkt. Ne, hier rüber nicht lang. Hier müssen... Oh, ein Schwert. Ups, ne. Und Tränke. Blutschneude. Macht irgendeine Waffe jetzt mehr Schaden als unsere oder nicht? Nö. Na gut. Gehen wir weiter. So müsste ich auch nicht enden wie die hier alle. So, mein Freund. So. So. Oh, ey, ey, ey. Hey. Okay, ah ne, da kommt noch einer. Ich will noch nichts rein gehen. Na gut. Ich will nämlich noch hier vorher aufheben. Waren das gute Tränke? Nein, wir waren es nicht. Jetzt kann ich auch reingehen. Äh, noch enger. So. Speichern wir. Da links ist noch ein Trank. Nehmen wir auch gleich mit. So, du Dämon. Na gut. Wo ist mein Level Up Sound? No gut. No gut. Ey, ey, ey. Da ist er ja. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Hallo. Ich kann einfach nicht angreifen. Ich drück die Tasten hier wie bekloppt und ich kann nichts machen. So, dann den hier. Jetzt hab ich auch ein Geräusch gehabt. So. Spacken wir jetzt vorher nochmal. Na komm her. Ein Ungläuliger im Hort des Meisters. Verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Na, was ist das? Das war vielleicht knapp. Gut. Du sonderbare Steigen. Die Tränke lassen wir jetzt einfach da. Ähm, mein Licht. Hier wird's glaube ich auch nur das zurück. Gehen wir mal hier lang. Gut, 35. Ähm. 1, 2, 3. War das nicht fünftig? Musste, machen musst du? 1, 2, 3. Wo sind sie auch in Waffen? Bei sonstiges war das glaube ich, ne? 1, 2, 3. Ja, hab ich gerade mal. Hm. Hab ich irgendetwas vergessen oder bin ich dumm? Okay. Schnee, du bist hier nicht erwünscht. Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Calom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Calom und uns anderen. Einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, einem Schöpfer gegenüber zu treten. Und weg mit dem. Ach ja. Unten beim Schwert war noch einer. So. Wischbeker mal. So. Nein. Okay Ja, das kann ein bisschen dauern Hm, was war das? Ah ja Noch mal Rache Stahl, falls ich den nicht gefunden hätte So, Geschicklichkeitsbonus haben wir noch mal gefunden Nur gut Wir ringen das Rätsel noch mal Okay Da oben war ja was Hallo? Ah ja Rot, Gelb, Blau Das ist recht blau, ne? Ja, hier ist gelb dann Und der blaue Der Schläfertempel hier ist ja auch tausendmal besser, finde ich, als, ähm, Edorath Im zweiten Teil am Ende, ne? Das ist der hier tausendmal besser Oh Hallo, meine Waffe Ähm Nein Nein Okay Ich hab hier Stress gespeichert Das ist jetzt bloß gelaufen So Einmal den hier So Ich hab hier Ich hab hier Ich hab hier Ich hab hier Und wie das funktioniert haben, äh, wissen wir jetzt schon. Einmal der hier, dann der hier, und der in der Mitte. Und bevor wir durch das Torlanden gehen, speichern wir. Gut. Er könnte auch was anderes versuchen. Hm. Eine schöne Eiswelle. Jo. So. Ja, da streist er, ne? So. Okay, ist nicht so gut verlaufen. Eiswelle. So. Speichern. Aber die beiden schaffen wir so, ne? Hey, 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 hey. Du greifst mich an! Ja, warte! Warum war er wieder da? Dann machen wir wieder den hier. So. So, Meister. Und schnell halten. Und speichern. Speichern ist wichtig. Für mich. So. 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 Dann machen wir den da auch noch. So, da gehen wir erstmal nicht lang. Wir gehen da hinten lang. Äh ne, da gehen wir nicht lang. Das sind Stacheln. Wir gehen unten lang. So, und wir speichern vorher. Äh... Na gut. Wo kriegen wir jetzt hier nochmal lang? Können wir nochmal schnell nachschauen mit nem Geschwindigkeitstrank? Den nehmen wir auch nochmal zu uns. Speichern wir nochmal. Ach hier. Auch hier wieder zurück. Ich möchte aber... Hier entlang. Gut. Gut. So. So. Öhm... Wieviel haben wir hier? 35 immer noch. und weiter wie viel fehlt uns zum nächsten ein bisschen noch nicht mehr viel das ist gut werden wir gleich bekommen haben wir hier im schläftempel schon einige level 1s bekommen so sorry Leute hier du da einfach wundet so brücke ausgefahren gehen wir mal zurück könnte ich mit der robotik eigentlich da rüber springen machen wir so der felsen ist auch nicht dafür dass du konstipierst da wieder hochzukommen oder was nun gut laden wir dann würde ich sagen wie wir da über die brüche reden sehen wir beim nächsten mal vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge so